Die Merkmale bei dem Elektrofahrzeug EgoLive sind die kurze Entwicklungszeit und niedrige Kosten. Dafür sind beispielsweise die frühe Auswahl geeigneter Materialien und die optimierte Herstellung von Einzelteilen entscheidend. Ansprechpartner hierfür ist die WBA, Aachener Werkzeugbauakademie im Cluster Produktionstechnik. Die Werkzeugbauakademie beschäftigt sich mit dem industriellen Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Prüfmittelbau, sodass wir den Paradigmenwechsel hinbekommen und den Werkzeugbau zukunftsfähig aufstellen. Das langjährige Know-how im Werkzeugbau ist die Grundlage für die Beratung bei der Produktentwicklung und die Optimierung der Herstellungsprozesse. Wir haben mit unserer Expertise in den Konstruktionen schon möglichst früh die digitale Lösung erzeugt, sodass wir mit unseren technologischen Verfahren einen Vergleich hinbringen konnten, welches Verfahren am schnellsten und kostengünstig ist, diese Bauteile herzustellen. Die Werkzeugbauakademie verfügt über eine Vielzahl innovativer Technologien und Maschinen wie diese fünfachsige Fräsmaschine. Mit ihrer umfangreichen Infrastruktur hat die WBA Komponenten für die ersten Fahrzeuge hergestellt und damit auch bei den Prototypen des EgoLive unterstützt. Untertitelung des EgoLive